hallo und herzlich willkommen bei reddog gamble ich bin heute wieder auf die jagd nach dem ticket und heute habe ich das spiel silvi sitzchen war bitte ich werde erst mal starten ich habe es ja schon heruntergeladen gerade erst ich weiß ich habe einen spielstand gefunden aber ob das meine war weiß ich nicht weil da bin ich auf level 2 ich dachte da schon viel weiter gewesen deswegen mal gucken gerade ein bisschen eingeschlafen vom rechner so zehn minuten und da bin ich deswegen ich finde es ein bisschen komisch ich meine ich wäre weiter gewesen aber was soll's 30 minuten anwenden am anfang ist ja immer diese gratis bauphase bei den meisten spielen laut habe ich eigentlich meine musik hier da muss man nachgucken lautstärke passt gut was war das der hier upgrade deswegen geht es jetzt am anfang bisschen schneller kassel kassel Das war's für heute. Übrigens, es hat sich noch keiner drauf gemeldet, auf mein Gewinnspiel, bis jetzt noch nicht. Ihr habt ja noch eine Woche Zeit, also wer das Spiel, äh, wer das Spiel, wer das Headset gewinnen möchte, der muss da bald ein Gewinnspiel reinschreiben, was ich da sage. Ich hab ja noch einen Schuss, aber ich werde den Liedern, wenn ich hier einen Gewinnspiel einsetze, was ich da sage. Ich hab ja noch einen Gewinnspiel, aber ich bin so ein Gewinnspiel, was ich da sage. Ich habe das Spiel, wie immer noch was ich? Ich habe das Spiel, die ich da sage. Die sind auch abend dran hier die Leute. Die kommen da gar nicht weg. Na ja, das soll nicht mein Problem sein. Die sind auch abend dran. Die sind auch abend dran. Die sind auch abend dran. Die sind auch abend. Die sind auch abend. Okay. Kann ich jetzt hier weiter bauen. Da ist noch einer. Da ist noch einer. Ja voll. Das waren glaube ich alle oder? Da ist noch einer. Was ist das für ein Hyuppei? Mein Ausbilder. Ja. 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 Ich hab stufe 3 Zack zack und weg sind Sie. Gleich kommt der Boss. Gleich kommt der Boss. Da ist er. Mal schauen wie lange das steht. Ich habe das Rappen mit dem Mal. So. Super. Super. Hmm. Okay. 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 Hmm. Hmm. Okay. Das war's für heute. Das war's für heute. Was mach ich denn jetzt so? So, ich muss hier warten. Aber ist er gleich fertig mit dem Warten. Können wir mal kurz gucken hier. Was haben wir hier? Abholen. Okay. Der Paket da immer noch. Ne, da ist nichts mehr. Wir haben nichts zu tun. Okay. 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 Hmm. Ich habe keinen Drachen. Schweinerei. Warum habe ich keinen Drachen? Name ändern. Red Dog. 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 Und mit weiter geht's. Und jetzt nicht mehr. Gut ich würde mal sagen, dass war's für heute. Ah, ich kann auch mal kämpfen. Eine Minute. Das war eine Quest. Neun Kilometer, also in neun Kilometer schaffe ich nicht 30 Sekunden. Ich bin zu langsam, schon zu alt. Kommt gut! Das war's für heute. Jetzt muss ich die Dungeon nochmal spielen. Marsch. Ich bin reich. Und der nächste, nice, wird 10 Münzen. Keine Münze, schweinerei. Wenigstens 5, nochmal 5. Zack, zack, weg sind sie. 33 Schalen schon bekommen. 21.000 gegen 5.000. 24.000. 25.000. 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 Geschafft. Ah, die Burg. Immer noch die Burg. Noch einen Fertigmachen. Ja, da war ein Typ. So, da war ein Fertig. Da. Da. Da, da, da. Da, da, da. Da, 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 da. Gut. Das war's dann für heute. ich weiß jetzt nicht was ich noch machen kann, außer warten. Eine Quest habe ich noch fertig. Da ist die E, genau. Ich werde den jetzt immer da hinschicken und gratis, wie wir es anschauen. Ne, Belohnung abholen. Da ist noch mal was. Sonst sehe ich jetzt gerade nichts. Gut, das war es für heute. Bestätigen und Ticket abholen. Dann sage ich mal, Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid. Bis dahin, viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.